Stefan Schwab, Rapids Mittelfeldmotor mit Torjägerqualitäten. Egal wie es der gebürtige Salzburger gerade anpackt, es klappt. Hat dir schon irgendwann einmal jemand gesagt, dass du am Spielfeld eine Ähnlichkeit hast mit dem Andi Herzog? Nein, bis jetzt noch nicht. Musst du einmal genau anschauen. Ich stehe immer am Spielfeld und denke mir, er bewegt sich wie der Andi Herzog. Außerdem hast du auch einen super Linken. Natürlich ist es schön, damit zu verglichen werden, aber wie gesagt, der hat sehr viel erreicht. Wenn ich die Sonne entschaffe, dann wäre das schön.